In diesem kleinen Workshop möchte ich mit Ihnen den CMI Car Workflow einmal genauer anschauen. Was bedeutet das eigentlich? Wenn ich hier unter Bearbeiten Farbeinstellungen gehe, dann habe ich zum Beispiel unter Europa Druckvorstufe 3 hier den sicheren CMI Car Workflow aktiviert. Das heisst, Werte beibehalten, Profile in Verknüpfungen ignorieren. Ich möchte Ihnen das einmal zeigen anhand dieser Beispiele. Ich habe vier verschiedene Bilder platziert in diesem Dokument. Ein sRGB-Bild, ein Newspaper-Bild, ein Uncoated und ein Coated-Bild. Diese Bilder sehen jetzt in der Anmutung und im Aussehen ähnlich aus, was eigentlich eine falsche Darstellung ist. Was passiert nun, wenn ich sicheren CMI Car Workflow eingeschaltet habe mit den eingebetteten Bildprofilen und was geschieht, wenn ich diesen sicheren CMI Car Workflow ausschalte? Das im Detail in den folgenden Filmen. Des Weiteren möchte ich mit Ihnen anschauen, wie ein PDF ausschaut, wenn wir ein solches PDF schreiben. Und da sehen Sie auch von den Bildern kaum visuell einen Unterschied. Wenn ich aber in Acrobat wichtige Einstellungen vornehme und hier die Ausgabevorschau öffne, erst dann erkenne ich, dass es sich hier um ein Zeitungsbild und hier unten um ein ungestrichenes Bild handelt. Also hier sieht man dann, wie die Datei eigentlich gedruckt würde. Und InDesign und Acrobat zeigen einem eigentlich, wenn diese Einstellungen nicht korrekt gemacht werden in Adobe Acrobat, dann hat man das Gefühl, die Bilder werden so gedruckt, was überhaupt nicht dem eigentlichen Resultat entspricht. Um diese Kontrolle auf jeden Fall zu haben, sollte man auch aus meiner Sicht den sicheren CMI Car Workflow ausschalten beim Platzieren von SMIC Bildern, damit immer das Profil mit im PDF eingebettet ist. In den nachfolgenden Filmen, also nochmals zusammengefasst, möchte ich Ihnen aufzeigen, was geschieht mit Bildern, die platziert werden mit aktiviertem, sicherem CMI Car Workflow und ohne denselben.